Seit einem Dreivierteljahr habe ich einen neuen Job und der entwickelt sich richtig gut. Warum? Das erzähle ich am Ende von diesem Video. Jetzt aber schon als Spoiler, nein, an meinen genialen Fähigkeiten liegt das nicht. Einfach, weil ich wirklich nur durchschnittliche Fähigkeiten besitze. Und das ist ja auch die Frage, wie kann man sich als ganz normaler Mensch am Arbeitsmarkt positionieren? Wie kann man ein gutes Berufsleben haben, wenn man vielleicht ein Studium abgebrochen hat, aber eben nicht Steve Jobs ist? Arbeit ist wichtig, wohnen ist auch wichtig. Ich wohne in einem Laden, in einem Lebensmittelladen. Und das ist hier ganz normal. Das Haus, in dem ich wohne, und das ganze Viertel wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. Damals gab es hier viele Läden. Man sieht es heute noch an den zugemauerten Schaufenstern und Ladentüren. Heute gibt es Aldi, Lidl, Penny und Rewe in dieser Gegend. Und Penny gehört zu Rewe. Dabei hält sich diese Konzentration noch in Grenzen. Vor 100 Jahren gab es massenweise Autohersteller in Deutschland. Heute haben wir BMW, Mercedes und die Volkswagen Gruppe. Schade für die Menschen, die bei Borgwart oder bei NSU gearbeitet haben. Selbst wenn der Arbeitgeber nur aufgekauft wurde, ist es richtig blöd, bei einem schlechten Arbeitgeber zu sein. Wenn der Arbeitgeber scheitert, dann kann die eigene Karriere kaum vorankommen. Und das haben wir nicht nur bei Autoherstellern. Wie viele Unternehmen haben versucht, in den Online-Handel einzusteigen? Und was haben wir heute in Deutschland? Amazon, Otto und ferner liefen. Kennen Sie noch Yahoo, MetaGare und Lycos? Als ich vor 30 Jahren PC-Kurse gegeben habe, da waren das die populären Suchmaschinen. Heute ist nur Google relevant. Wieder, schade für die Beschäftigten von Yahoo, MetaGare und Lycos. Aber sie konnten diese Entwicklung ja nicht voraussehen. Oder? Oder. Lassen Sie sich keinen Bären von wegen VUCA-Welt aufbinden. Ja, ja, alles ist volatil, unsicher, chaotisch und ambivalent. Unfug. Eins und eins ist immer noch zwei und einige weitere Regeln gelten auch noch immer. Eine davon bezieht sich auf die Grenzkosten. Schauen wir uns diese Regel einmal genauer an. Ausgangspunkt sind die Grenzkosten. Bleiben wir bei einem ganz einfachen Automobilhersteller. Zunächst muss er ein Auto konstruieren. Das kostet vielleicht 100 Taler. Und dann wird ein Auto gebaut. Dafür brauchen wir Stahl und Reifen und viel Arbeitszeit. In der Summe vielleicht 1000 Taler. Wenn wir ein Auto bauen, dann kostet das 1100 Taler. Wenn wir zwei Autos bauen, dann können wir die Kosten für die Konstruktion verteilen. Jedes Auto trägt dann 50 Taler Konstruktionskosten und braucht natürlich 1000 Taler für Stahl- und Arbeitszeit. Wenn ich 20 Autos baue, dann brauche ich von jedem Auto 5 Taler für die Konstruktion und kann also bei einem Preis von 1005 Talern meine Kosten decken. Nun gehen wir einige Zeit weiter. Der Start ist gewachsen und verlangt, dass neu konstruierte Autos vom Start geprüft und abgenommen werden. Autos bestehen jetzt nicht nur aus Stahl und Reifen, sondern brauchen Lampen, ein Radio und andere Elektrik. Es kostet viel mehr, so ein Auto zu konstruieren und als Typ vom Start geprüft und genehmigt zu bekommen. Glücklicherweise ist die Stahlherstellung günstiger geworden. Wir kalkulieren jetzt 1000 Taler einmalig für die Konstruktion und Zulassung und 500 Taler an Stahl, Kabeln, Arbeitszeit für jedes zusätzliche Auto. Jetzt kostet das erste Auto 1500 Taler. Wenn wir 20 Autos absetzen, dann können wir für 50 Taler anteilige Fixkosten plus 500 Taler Grenzkosten, also insgesamt 550 Taler, anbieten. Das ist ein Unterschied. Im ersten Fall hatten wir die Situation, wenn 20 Autohersteller jeweils ein Auto verkaufen, dann kostet jedes Auto 1100 Taler. Wenn ein Hersteller 20 Autos verkauft, dann kostet jedes Auto 1005 Taler. Das ist kein riesiger Unterschied. Jetzt haben wir die Situation, wenn 20 Autohersteller jeweils ein Auto verkaufen, dann kostet jedes Auto 1500 Taler. Wenn ein Autohersteller 20 Autos verkauft, dann kostet jedes Auto 550 Taler. Das ist nur ein rundes Drittel des vorherigen Preises. Da könnten einige Autohersteller auf die Idee kommen, sich zusammenzuschließen und gemeinsam viel günstiger zu produzieren. So bleiben dann nur wenige Autohersteller übrig, in Deutschland eben BMW, Mercedes und die Volkswagen Gruppe. Nun springen wir in die Zukunft. Die Autos fahren autonom, die Fahrer wollen Videos sehen, ein perfektes Soundsystem haben, ganz viel Software also. Der Staat will sich viel genauer ansehen, was denn da auf den Straßen autonom fährt. Konstruktion, Software und Zulassung kosten 10.000 Taler. Die Materialien sind noch einmal günstiger geworden. Vor allem haben wir die Produktion automatisiert und können so Arbeitszeit einsparen. Wir müssen also für jedes weitere Auto 300 Taler bezahlen. Kalkulieren wir ein letztes Mal. Wenn wir nur ein Auto bauen, dann kostet dies 10.000 Taler an Fixkosten und 300 Taler an Grenzkosten. Wenn wir 20 Autos bauen, dann brauchen wir 500 Taler Fixkosten für jedes Auto plus 300 Taler Grenzkosten. Also, wenn 20 Hersteller je ein Auto verkaufen, dann kostet jedes Auto 10.300 Taler. Wenn ein Hersteller 20 Autos verkauft, dann kostet jedes Auto 800 Taler. Deutlich weniger als ein Zehntel. Die Konsequenz ist, Autohersteller schließen sich zusammen. Es ist einfach viel, viel wirtschaftlicher, in einem großen Unternehmen zu produzieren und dann den Gewinn zu teilen. Das gilt schön für Produkte, die für jedes Stück Material und Arbeitszeit verbrauchen, die also echte Grenzkosten haben. Nun stellen wir uns das Ganze vor für Software. Was kostet es Microsoft, eine weitere Version von Windows auszuliefern? Da sind noch nicht einmal Disketten oder CDs nötig, nur ein Download. Oder meine Branche Bildung. Wie viel kostet es meine Hochschule, einen weiteren Studierenden aufzunehmen? Wundert es noch jemanden, dass es in einigen Branchen einen geradezu naturwüchsigen, fast unwiderstehlichen Trend zur Konzentration gibt? Jetzt haben wir die Vergangenheit verstanden. Wie geht es in Zukunft weiter? Das hängt davon ab, wie sich die Grenzkosten entwickeln werden. Dabei gilt als Vorstformel, je stärker ein Produkt digitalisiert ist, mit desto weniger Grenzkosten rechne ich. Software für das eigenständige Fahren steigert den digitalen Anteil am Auto. Software für die Unterhaltung, aber auch für Motorensteuerung oder für optimales Aufladen der Batterie führt zu einem noch höheren Anteil an Digitalisierung. Lehrvideos, Schulungssoftware und Online-Tutorien steigern den digitalen Anteil am Bildungswesen. Noch mehr, wenn Chatbots in der Lehre eingesetzt werden und das scheint auch nur eine Frage des Wie und keine Frage des Ob zu sein. Was tut 3D-Druck? Sorgt 3D-Druck auch für einmalig hohe Entwicklungskosten und dann für sinkende Grenzkosten, also für geringe Kosten, für jeden einzelnen Druck und damit für eine Konzentration der Produktion? Oder Medizin, Telemedizin, Künstliche Intelligenz, die bei der Diagnose hilft, alleine eine fast vollautomatische Verwaltung, angefangen von der Terminvereinbarung im Internet, das alles verstärkt die Digitalisierung in der Medizin und müsste zu einer stärkeren Konzentration in der Medizin führen. Aber das nur als Exkurs. Andere Bereiche werden aktuell kaum digitalisiert und haben geringe Grenzkostenanteile. Eine Zentralisierung im Uhrmacherhandwerk erwarte ich nicht. Kiosk und Straßencafé können noch länger eigenständig bleiben. Das meinte ich am Anfang mit der Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen. Und nun zum Abschluss zu meinem Job. Ich habe 10 Jahre bei einer privaten Hochschule gearbeitet. In der letzten Zeit schrumpfte diese Hochschule. Gleichzeitig machte die Digitalisierung in diesem Bereich einen großen Sprung. Corona, wir erinnern uns. Mit ohnehin eher geringen Grenzkostenanteilen und dann auch noch einem Digitalisierungsschub wird sich die Szene der privaten Hochschulen in Deutschland konzentrieren. Und da möchte ich dabei sein, und zwar auf der Seite der Gewinner. Auf der Seite der kontinuierlich wachsenden Hochschulen. Wo es durch Wachstum immer mal wieder neue, nette Aufgaben gibt. Eine solche habe ich kürzlich übernommen. Das hätte ich beim vorherigen, schrumpfenden Arbeitgeber so nicht gekonnt. Und das ist nur ein Beispiel. Aber es macht vielleicht deutlich, dass man wachsende oder schrumpfende Unternehmen teilweise schon voraussehen kann, so wie man auch Unternehmenszusammenschlüsse teilweise voraussehen kann. Die Arbeitsbedingungen in einem wachsenden Unternehmen sind meist angenehmer. Wer auch mal etwas anderes machen möchte, der findet bei einem wachsenden Unternehmen eher die Möglichkeit. Und deshalb sollten auch Sie sich immer einmal wieder Gedanken machen, spiele ich noch auf dem richtigen Spielfeld? Und wenn Unternehmenszusammenschlüsse und Marktbereinigungen anstehen, bin ich dann wirklich auf der richtigen Seite? Bei diesen Fragen hilft dann ein Konzept wie das der Grenzkosten. Selbstverständlich gibt es weitere nützliche Konzepte, und dazu lade ich auch immer wieder Videos auf diesem Kanal hoch. Zwei davon verlinke ich hier und freue mich, Sie dort wiederzusehen. Zwei davon verlinke ich hier.